Hallo, ich bin Markus von FactFinder und ich möchte euch heute unsere FactFinder Next Generation vorstellen. FactFinder ist eine On-Site-Search, also eine Suche für Online-Shops, die hilft, Customer-Journeys zu verbessern, zu optimieren und damit am Ende mehr Umsatz zu machen. Warum das wichtig ist, sehen wir, wenn wir einen Blick auf Amazon werfen. Amazon war vor 20 Jahren noch ein kleiner Bücherhändler. Heute verkauft Amazon ein zweistelliges Millionensortiment. Und so ähnlich hat sich auch der Suchschlitz verändert. Von einem damals sehr kleinen Schlitz zu einem heute den oberen Bereich dominierten großen Suchschlitz. Weil es einfach der relevanteste Einstieg in die Seite ist, der auch die höchste Conversion Rate hat. Wenn wir uns das Ganze mal in einem Business Case ansehen, wird noch deutlicher, warum es relevant ist, dort bessere Technologie einzusetzen, um eine höhere Conversion Rate zu erzeugen. Wir haben jetzt hier eine beispielhafte Seite mit drei Millionen Besuchern und einer Conversion Rate von 2,5%. Wenn wir diese 2,5% um 0,5% erhöht bekommen auf 3%, können wir aus 75.000 Käufern 90.000 Käufer machen. 90.000 Käufer bedeuten bei einem Warenkorb in Höhe von 50 Euro, dass wir nicht mehr 3,75, sondern 4,5 Millionen Euro Umsatz machen. Das sind 750.000 Euro mehr, die man dann wiederum einsetzen kann für bessere Shop-Technologie, bessere Suchtechnologie oder auch für Personal. Das ist unsere Mission, als FactFarner unseren Kunden und Händlern zu helfen, dieses Umsatzpotenzial zu heben. Wir haben hierfür neben der fehlertoleranten Suche auch noch weitere Module wie Merchandising, Recommendation, Personalisierung oder unseren Predictive Basket. Dabei arbeiten alle Module, alle Features, die wir liefern, Hand in Hand, lernen voneinander und optimieren sich gegenseitig. Ihr habt die Möglichkeit, uns einen Produktdatenfeed zur Verfügung zu stellen, dass wir eine kostenlose Demo für euch machen. Einfach rüberschicken und wenige Tage später können wir euch unsere Lösung vorstellen mit euren Produktdaten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.